Tübingen, 1290, Götterdämmerung, gelesen von Philipp Schlegel, Autor Philipp Schlegel. Es war schon am Dämmern. Die Abendröte erhob sich ein letztes Mal mit einem kräftigen Rot gegen die drohende Dunkelheit. Der Himmel glühte, ich schlich den Tübinger Spitzberg hinauf von Hirschau kommend, immer auf der Hut vor Landjägern, denn diese verlegten um diese Zeit immer von Tübingen nach Hirschau. Diese verdammten Tübinger, hätten die mich mal lieber bezahlt, dann wäre es auch nicht so weit gekommen, dass ich gesucht werden würde. Plötzlich fiel mir am Weg ein Aushang mit einem Bild auf. Verdammt, hängt da am Wegesrand ein Bild vor mir? kam es mir über die Lippen. Das Bild, was von mir aufgehängt wurde, entsprach mir eigentlich gar nicht. Ich dachte hämisch beim Betrachten, dass es wohl Glück ist, dass die Fähigkeiten des Zeichners nicht sonderlich hoch sein konnten, wenn lediglich der Hals in etwa passt. Der Zeichner hatte wohl schon gut einen gebechert, allerdings schützt das nicht vor dem Misstrauen der Landjäger. Und außerdem stand darunter mein Name, denn diese werden ziemlich unangenehm, wenn nach Sperrstunde sich noch jemand im dunklen Wald aufhält, vor der Burg. Und der Tübinger Hauptmann erkennt mich sicherlich sofort. Der hat schließlich dafür gesorgt, dass ich ohne mein Geld zu bekommen flüchten musste. Ich muss in die Burg, wiederholte ich mich leise. Dort wohnt nämlich ein guter Freund von mir, der das wieder beim Hauptmann gerade biegen konnte. Und vor allem musste er wissen, was geschehen ist. Mein Freund hieß Freiherr Björn von der Fox. Er hatte einen fremdartigen Namen. Allerdings ist das egal, sobald man genug Gold besaß. Damit konnte man sich zu dieser Zeit alles kaufen. Den Titel, die Burg und die Frauen. Auf jetzt! Konzentriere dich, Philipp, sagte ich zu mir innerlich. Du musst noch den Weg zur Burg schaffen. Dir ist die Flucht gelungen. Dann gelingte dieser Weg auch noch. Nach dem Bildanschlag ging ein Pfad zur Burg hoch. Ich schaute hinauf. Dieser war vom Wegesrand nicht einsehbar und somit geschützt vor lästigen Blicken. Ich ging nun weiter zu. Der Weg war nur sehr grob geflastert. Das arme Vieh, wenn es den Berg zur Burg hoch muss, dachte ich mir, warum ist Fox eigentlich nur so knausrig und baut keinen besseren Aufgang zur Burg? Da kam mir, dass hier eigentlich nur Weiber von den umliegenden Dörfern rauf müssten und dass das wohl besser sei, denn die Burg hatte zwei Zugänge. Einer nach Tübingen gerichtet und besser ausgebaut und dieser hier. Was würde wohl der Tübinger Hauptmann über das Treiben hier denken, wenn rauskäme, dass dort oben eigentlich ein Tollhaus ist? Also kam ich zum Schluss, dass dieser Weg wohl als Weiber und Fluchtweg gedacht sein könnte. Und dieser bewusst schlicht gehalten wurde, um die Bedeutung herunterzuspielen. Schnell flüchten müsste der Freiherr auf jeden Fall, sollte herauskommen, was für ein obszönes Leben dort geführt wird. Was würde auch die Kirche denken? Ich grinste plötzlich vor mich hin und machte einen Schritt vor den nächsten. Ich kannte diesen Zugang auch nur vom Hörensagen und von Fox Weibergeschichten. Selber genutzt habe ich diesen Weg nie. Wer hier schon alles den Aufstieg suchte, da überkamen mich die Gedanken von vorhin wieder. Um Gottes Willen, war das knapp in Tübingen. Gerade als mich der Hauptmann stappen wollte, konnte ich mich nochmal von seinem Griff abwenden und die Wache wegstoßen. Leider war die Wache in den Markstand gefallen, das war nicht von mir beabsichtigt. Allerdings musste ich reagieren, schließlich war ich ja eigentlich der Betrogene, doch sollte ich abgeführt werden. Der Händler hatte zwei Tage zuvor von mir Schmuck erhalten, welcher er schätzen lassen wollte. Ausgemacht war, dass er mir das heute wiederbringt, samt Gold. Er wollte sich bei seinem Freund nach dem Wert erkundigen. Leider hat er vorhin so getan, als sei ich ihm völlig fremd. Er vollzog das perfekte Schmierentheater. Erst beleidigte er mich als Rumlungerer und Lügner, um anschließend mich als Hochstapler abzutun. Als mir der Kragen platzte, kam wie aus dem Nichts der Hauptmann von Tübingen um die Ecke. Er hieß im Übrigen Hauptmann von Pilz. Dieser hatte einen eigenartigen Akzent. Fox nannte es sächsisch. Dennoch war der Hauptmann dafür bekannt, nicht lange zu fackeln, wenn Unruhe in seiner Stadt war. Und wenn er einst nicht leiden konnte, dann war es das. Der Markstand, der zusammenfiel, war vor der Kirche am Hafner Markt aufgebaut. Rechte Hand ging es zum Nonnenhaus und linke Hand zum Rathaus. Ich entschloss mich für meine Flucht, durch den florierenden Markt zu flüchten. Also lief ich zum Rathaus. Dabei hoffte ich natürlich, im Getränke unterzugehen. Soweit der Plan. Allerdings kam es anders. Auf meiner Flucht stürzte ich nach dem ersten Markstand so unglücklich, dass ich auf den Boden fiel. Ich rollte mich zur Seite hinter dem Markstand weg. Als ich wieder bei Sinnen war, konnte ich sehen, wie der Hauptmann samt Gefolge laut brüllen, Haltet ihn! sich den Weg freischubste und die Gasse zum Rathaus hinunterrannte. Das war die Gelegenheit, meinen Fluchtplan zu ändern. Ich richtete mich wieder auf und ging unauffällig in Richtung Neckarbrücke. Dort angekommen musste ich nur noch durchs Tor und ich war vorerst in Sicherheit. Mein Puls raste, als mich der Wachposten musterte. Dieser verlor allerdings schnell das Interesse an mir und winkte mich einfach durch. Schneller! Andere wollen auch noch durch! Das waren die Worte, die mich kurz durchatmen ließen. Ich kam selbstverständlich der Aufforderung nach. Nach dem Stadttor lief ich am Neckar entlang. Mein Ziel war Hirschau. Dort gab es noch einen weiteren Weg auf die Burg von Fox. Ich dachte mir, dass ich so nicht wieder durch die Stadt müsste, wenn ich diesen nehmen würde. Hier wäre ich halbwegs geschützt, denn vom Hauptmann gefangen genommen zu werden, wäre nicht nur ärgerlich, sondern ich würde auch noch Zeit verlieren. Ich stellte am Sonnenstand und an der Temperatur fest, dass es schon November war. Gott sei Dank hatte ich wenigstens heute Morgen beim Verlassen meines Hauses in deren Dingen an den Wintermantel gedacht, denn ich konnte nun schlecht nach Hause, denn hier wäre ich vom Hauptmann mit Sicherheit aufgesucht worden. Ich musste Fox und ihm erzählen, was passiert ist, ging es mir durch den Kopf. Schließlich war es ja nicht mein Schmuck, den ich verkaufen wollte, sondern der von ihm. Ich bebte und wimmerte leise vor mich hin. Diese Sache ist ernst. Denn es hatte was mit den Machenschaften auf der Burg zu tun, in der Fox verwickelt war. Wenn ich es richtig verstanden hatte, dann kommen Geschäftsmänner zu Besuch zu Fox. Diese werden mit gutem Wein und Vibe gefügig gemacht, um danach Wertsachen für die Dienste zu verlangen. Wenn dies ein Geschäftsmann verweigert, wird dieser einfach erpresst und ihm damit gedroht, dass sein Ruf mit einer solchen Geschichte ruiniert wird. Schließlich müsse nur eine Dirne auf dem Markt laut plaudern. Das Delikate an dem verschwundenen Schmuck war, dass dieser vom Bürgermeister der Stadt Tübingen kam. Es war ein Ring, welcher vom Grafen von Württembergs verliehen wurde für außergewöhnliche Dienste. Leider verstanden sich die Pfalzgrafen von Tübingen und die Württemberger überhaupt nicht. Wenn also der Ring auf dem Markt der Pfalzgrafen angeboten werden würde, wäre das ein Skandal sondergleichens. Jetzt hatte also nicht nur ich ein Problem, sondern auch Fox. Wenn dieser Ring in Umlauf kam, dann hätte es eine sehr hohe Tragweite. Das ist ganz sicher. Eigentlich war ich ja nur für Fox der Mann, der seine Edelmetalle umwandelt in Gold. Das hatte auch bisher immer gut funktioniert. Aber diesmal war es wohl eine Falle, in die ich getappt war. Ich kam wieder zu mir und vor mir noch immer der Weg. Dieser windete sich anfangs am Fuß des Spitzbergs leicht hoch, bis er plötzlich steil anstieg. Das Rauschen des Neckars war in der Abendstimmung zu hören und vereinzelt noch Pferdegeklepper. Sonst war es doch recht still. Auch war die Burg oder das Treiben auf ihr noch nicht zu hören. Ich hoffte inständig, dass niemand mich gesehen hat. Mein Puls schoss nach oben. Ich merkte, wie sehr ich vom heutigen Tag erschöpft war. Dieser Weg forderte nochmals alles von mir. Getrieben von der Angst und von dem Ungewissen ging ich weiter und die Burg kam immer näher. Abgekämpft und völlig in Sorge kam ich vor dem Tor der Burg an. Über dem Tor hing ein Wappen des Freiherrn von der Fox und daneben stand ein großer Stein. In ihm war der Name Ödenburg gemeißelt. Ich weiß, was er wurde vonarta und abgesetzt hat. Ich versuche, was er und wir in Dich Ich versuche, was er in Dich